So, kurz vor meiner Abreise möchte ich euch heute noch einen Einblick in mein ausnahmsweise aufgeräumtes Zimmer inklusive eben angebrachter weihnachtlicher Minimaldekoration in Form einer Lichterkette gewähren. Der zweite Teil der Minimaldekoration ist dieser Weihnachtskalender vom Fösch. Ich habe schon begonnen, Türchen zu öffnen, wie man sieht. Und ich hoffe einfach, dass wir uns alle bald in wirklich weihnachtlicher Umgebung wiedersehen, um irgendwie einen Ausgleich für dieses Desaster zu schaffen. Okay, liebe Grüße, macht's gut, ich fühle mich.